Hallo! Ich hoffe, man hört mich. Es ist ein neuer Tag angebrochen. Heute wollten wir nach Kamakura und danach nach Harajuku. Und mal schauen, wie das wird. Ein Stückchen Hannover. Wir sind jetzt in Kamakura. Wir müssen aber noch ein bisschen fahren mit einer kleineren Bahn. Und da. Hier kann man auch nochmal sehen, immer wenn man in die Bahn einsteigen will, muss man hier in so ein Kästchen stehen, also in so einer Linie. Und dann hält entweder die Tür da oder da. Und alle stehen immer im Reihunglied. Alles sehr ordentlich. Aber alle halten auch sich dran. Anders als in Deutschland. Die ist leider nicht nützlich. Eine ganz normale grüne Bahn. So und so sieht's er auf dem Lande auch. So und so sehen wir uns. Hi! Und da ist der große Mordor. So schön hier, Leute. Hier nochmal von der Erdwand. Hier ist so grüßig. So riesige Schöne. Das sind so das Schöne. Und dann gucken wir uns. Da ist so. Oh mein, ich bin jetzt hier. So. 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 Wir gehen jetzt zum Tempelhof. Minachi! Wir sind jetzt in einer Höhle. Und hier kann man auch solche Kerzen stellen, wo man dann seinen Wunsch draufschreiben kann, damit es in Erfüllung geht. Da kann man auch in der Klinzen einwerfen. Und dann geht es da ganz niedrig weiter. Und da kann man auch in der Klinzen einwerfen. Und da kann man auch in der Klinzen einwerfen. Und da kann man auch in der Klinzen einwerfen. Wir sind jetzt in Harajuku. Und da kann man auch in der Klinzen einwerfen. Wenn es euch gefallen hat. Oder wenn es euch nicht gefallen hat. Oder ein Kommentar. Ein Kommentar, da würde ich mich echt drüber freuen. Also, bis morgen! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!